Was geht ab, Leute, 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 ich sag Gigant. Ich hab so das Gefühl, dass Kugeln den nicht, äh, doch, werden den aufhalten, okay. Ach, doch, scheiße, da wirft er den, wow. Nein, das war daneben. Oh, das ist böse. Halt. Ja, Min, wir sollen die benutzen. Oh, da ist ich aus dem Spiel. Ach ja. Ach, Kacke. Block, ey. Komm, renn in die Mine. Ja, toll, das beeindruckt den gar nicht. Wo soll ich den denn entkommen? So. Äh, sieht nicht gut aus, ne? Oh, da schreckt den zurück. Boah, Alter. Äh, da geht noch was. Das ist meine Taktik. Blenden. Dann mit dem Scharfschützengewehr. Immer schön in die Birne platzen. Schwer die zu sehen, bei dem ganzen weißen Zeug. Ey, wohin? Ja, die Schnauze voll. Gehen ruhig in die Mine. Schnell was herstellen. Kann ich nicht, mir fehlt ein Kraut. Äh, Rohrbombe. Ich hab ihn. Easy. War viel zu leicht. Leck mich doch. Der nächste dicke Brocken besiegt. Sehr geil. Oh, Kristallhöhle. Oha. Können wir was runterballern? Aha. Ja, hier nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit. Quatsch. Vielleicht können wir den in die Kette einfügen. Guck mal an hier. Da. Mega Kristallhöhle hier. Ja, da gucken wir doch mal glätt ins Inventar. Wichtiges Objekt. Schätze. Schätze. Nur wertvoll. Scheiße. Können wir verpasst haben für die Kette. Wertvoll, 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 wertvoll. Kombinierbar. Nichts zu kombinieren. Ah, die Engelstattu hab ich vergessen zu verkaufen. Macht nix. Okay. Ja, wir kommen hier langsam noch runter. Oh, der Fernseher. Der gratuliert uns bestimmt. Ach, nee. Jetzt schon? Die wollen doch, dass wir das nehmen. Vielleicht sind wir der Schlüssel dazu. Aber warum die die Viecher dann zwischen uns gestellt haben, anstatt uns einfach zu erreichen? Ja, zu überreichen. Wir missbrauchen, Ethan. Jetzt bestimmt, dass wir eine Puzzleteil für die. Mutter Miranda war das, die nach dem Unfall kam. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erst mal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Es wird spannend. Ich sag ja, da ist der Schlüssel dazu. Aber warum haben die das den Viechern gegeben? Gib dem Essen das doch direkt. Hätten wir uns die Hälfte des Spiels sparen können. Tja. Ach, das ist der Teller. Ja, super. Ja, da könnte man jetzt, wenn man nicht drauf achtet, vorbei rennen. Aber... Okay. Irgendwo sitzt der Duke bestimmt hier gleich in der Festung. Zum Glück fährt sich das Boot wie auf Schienen. Okay, wir können hier entweder hoch... Oder wir können die Treppe nehmen. Ich weiß nicht. Ich denke, hoch ist schön. In die Oberfläche. Ach, nee. Da sind wir ja auf dem Friedhof wieder hier. Ach du Scheiße. Ja, das vervollständigt sich dadurch. Super. Dann können wir jetzt zum Duke nochmal gehen. Aber erstmal muss ich da hinkommen. Und anscheinend rennen hier wieder Viecher rum im Feld. Ja. Definitiv. Gut, wir haben einiges zu verticken. Wir können noch upgraden. Ich denke, ich kaufe mir auch was zum Heilen. Klar ist ja, da will ich auch meine Kohle haben. So. Kristallfragment. Eins, zwei, drei. Hopp. Boah, der ist 10.000 wert. Ich habe 10 Schädel. Wann habe ich die da aufgehoben? Wahnsinn. Boah, das muss alles aus den Kämpfen gewesen sein. Oh, und der Hammer. Oh, 78.000 auf einen Schlag. Ist doch noch blutig. Er hat aufgestockt? Was hat er aufgestockt? Okay. Über 100.000, was ich loswerden muss, Alter. Zu hungern. Heißt zu leben. Aha, ich kann doch mal die Feuerkraft upgraden. Auch von der Pistole leider nicht. Ne. Dann machen wir aber von der Shotgun noch. Definitiv. Dann die Magazingröße noch. Zack. Full upgradet. Der Rest macht mir für mich wieder keinen Sinn so weit. Weiß ich nicht. Gut, vermindern wir den Rückstoß. Vielleicht solltest du erstmal ein wenig ausmisten? Ausmisten. Wie wäre es mit Nein? Finde ich auch. Eigentlich haben wir die Waffe komplett geupgradet. Da fehlt mir aber noch ein Slot für die Waffe. Also ja, ich muss unbedingt... Heilung kaufen. Hm, kaufen wir das. Wusste ich doch, dass... ...was dich das interessieren würde. Beachte mich gar nicht. Hm. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Komplett geupgradet und ich kriege kein Achievement dafür. Anscheinend noch nicht komplett geupgradet. Dreimal nur. Zweimal geht es hier noch. Ja, vielleicht hätten wir sogar mehr bekommen. Ich sehe das nicht ein für die Sniper, die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen, weil... Weil die einem ziemlich nahe kommen können. Egal, Hauptsache haben wir mal was ausgegeben. Okay. Alles verkauft. Weiter geht's. War glaube ich so das... ...vorletzte Mal, bevor wir zu denen kommen, sage ich. Ich habe nicht viel Munition, ich habe eigentlich fast gar nichts. Viel Heilung, viel Waffen, viel Pistolen-Munition. Die ist ja komplett geupgradet jetzt, aber... ...mäh, die war früher stärker. Ach, okay, ich gehe nicht lang. Noch die Abkürzung. Über den Friedhof. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Blätter. Was ist wie ein Tier. Aber wer war hier auf dem verdammten... ...Feld? Da. Wer bist denn du? Ja, auf Wiedersehen. Man kann den bestimmt killen. Das geht. Man wird auch Spieße drin. Aber ich will die Munition nicht verschwinden. Aber egal. Ich will herausfinden, ob es geht. Wer ist er denn? Er hat ja keine Magnum-Munition. Oh. Oh. Was ist ein Vieh, ey? Au. Oh nein, wir leben noch. Gut. Halt, 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 halt. Dafür habe ich keine Munition. Sniper. Sniper. Bleib hier. Er resettet sich sonst. Ich treff den gar nicht mehr. Ja. Ich treff den gar nicht mehr. Okay, was können wir herstellen? Ah, das spare ich mir vielleicht auf. Ja. Au, shit. Oh, shit. Geh doch drauf. Fuck. Wer wollte Spendigeid schief hinbekommen? Kristalline Uhrzeit-Bestien. Nice. Es geht doch. Es geht doch. Hat mich viel Munition gekostet, wie ich gesagt habe. Und wieder zum Juk. Der freut sich. Ich glaube, das U wird da gar nicht ausgesprochen. Dimitrescu. Glaube ich nur. Du möchtest etwas kaufen? Nee, ich will etwas verkaufen. Ich will was ganz Feines. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Boah, 80.000. Gesehen und gekauft. Ah, sagt da nichts zu. Na gut. Also, ich upgrade erst mal was und dann kaufe ich Munition eventuell nach. Aber was? Die benutze ich ja gar nicht mehr, weil die macht einfach mehr Schaden. 21.000, 18.000, so happig, ne? Na gut. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Ah, wir haben so viel Kohle, komm. Mit Vergnügen. Gut, alle Waffen auf Maximum, außer die Shotgun. Ah ja, und die Pistole. Gut, was können wir kaufen? Minen? Ah, das Zielfernrohr vielleicht. Damit kannst du ganz... Hätten wir das auch. Boah, mega ausgestattet. Ich habe viel gefunden bisher. Können auch die Halskette verkaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir begegnen dem Duke nochmal. Aber vielleicht auch nicht, weil wir haben die Abkürzung zu dem Duke bekommen. Keine Ahnung. Ansonsten bleibt die Halskette einfach im Inventar fertig. Begründig. Begründig.